Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich zeige euch heute mal meine GoodNotes Farbeinstellungen von den Markern und von den Stiften. Einige von euch hatten sich dafür interessiert, weil ich euch immer mal sehen lassen habe, dass ich eine größere Farbpalette bei den Markern und auch bei den Stiften habe in den vergangenen GoodNotes Videos. Und einige von euch wussten eben gar nicht, wie man das einstellt. Das zeige ich euch heute und ich habe euch auch in der Infobox eine PDF-Datei verlinkt, wo genau die Hex-Codes, also so heißen diese Farb-Codes nochmal stehen, sodass ihr wirklich genau die originalen Farben euch auch einstellen könnt, die ich euch in diesem Video eben alle nochmal quasi swatchen werde. Und ich habe auch wieder ein neues Gewinnspiel laufen. Ich habe mal GoodNotes kontaktiert und gefragt, ob sie vielleicht, also GoodNotes Lizenzen, also quasi, dass ihr die App euch kostenlos holen könnt, normalerweise kostet die ja 10 Euro, ja kriegen kann. Und tatsächlich habe ich 5 GoodNotes Lizenzen bekommen, die ich jetzt quasi an euch verlosen möchte. Und ich möchte das gerne einfach genauso machen, wie letztes Mal mit dem Bullet Journal Gewinnspiel. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und zwar sind die Teilnahmebedingungen, dass ihr einmal Abonnenten meines YouTube-Kanals sein müsst und hier die Glocke abonniert habt. Dann geht ihr einmal rüber zu Instagram, abonniert mich dort noch und schaltet da auch die Benachrichtigung ein. Dann macht ihr von beiden Sachen einen Screenshot und schickt mir das einmal als Direktnachricht bei Instagram. Dann weiß ich, dass ihr das halt auch gemacht habt, um bei diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Und das Gewinnspiel wird dann wieder genau eine Woche gehen, also bis nächsten Sonntag. Das ist, glaube ich, der 17.1. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Auf jeden Fall werde ich dann nächsten Sonntag in meiner Instagram-Story die 5 Gewinner bekannt geben, die sich dann über eine kostenlose GoodNotes Lizenz freuen können und die gilt dann quasi für immer. Also GoodNotes ist ja eh so, dass man das halt nur einmal kaufen muss. Hatten auch einige gefragt, das ist kein Abo, man muss es nur einmal kaufen. Aber genau, dann kriegt ihr es halt einmal dann kostenlos. So, und ich würde sagen, wir legen jetzt los mit meinen GoodNotes Farbeinstellungen. Viel Spaß dabei. Wir sind jetzt schon in GoodNotes drin und ich habe euch ja auch schon mal die Datei geöffnet, die ich euch in der Infobox verlinkt habe. Ihr seht, das sind quasi einfach nur Felder, in denen ich euch gleich die Farben auch swatchen werde. Und in jedem dieser Felder steht eben ein Hexcode, also eine Ziffernfolge, die mit so einer Raute beginnt. Und dann stehen eben sechs Ziffern oder auch Buchstaben dahinter. Da habe ich schon irgendwie was drauf gemalt aus Versehen. Und jeder dieser Hexcodes repräsentiert eine bestimmte Farbe. Und ich zeige euch jetzt einmal, wie man die Codes hinzufügen kann, beziehungsweise wie man allgemein die Farben ändern kann. Und zwar gehe ich hier einmal, also ich bin jetzt hier beim Amarca Tool, gehe hier einmal auf eine der drei Farben und gehe dann auf Bearbeiten. Dann seht ihr hier unten diesen kleinen gestrichelten Kreisbuch mit dem Plus. Da klickt ihr einmal drauf. Und dann könntet ihr halt entweder euch hier irgendeine Farbe auswählen, die dann auch in der Farbpalette quasi gespeichert wäre. Also ihr würdet die dann hier unten sehen. Oder ihr sucht euch hier aus diesem Rad was raus. Also da hat man natürlich mehr Optionen. Also man kann halt hier erstmal eine Farbrichtung einstellen und dann heller, dunkler oder eben einfach matt, damit mehr Graueinfluss gehen. Da kann man sich halt auch jede beliebige Farbe natürlich selber zusammenstellen und sich dadurch eben auch eine Farbpalette selber zusammensuchen. Und übrigens könnt ihr eine Farbe auch wieder löschen, indem ihr einfach hier drauf klickt und dann auf Farbe entfernen geht. Und ihr könnt euch auch diese Farben sortieren, indem ihr einfach da so ein bisschen haltet und die dann ganz normal so verschiebt. Ähnlich wie Apps auf dem Homescreen vom iPad zum Beispiel. Und jetzt zeige ich euch noch, wie man aus diesen Hexcodes Farben erstellt. Und zwar wählt ihr einmal die Marke ab und zum Beispiel den Stift an. Zoomt euch da so ein bisschen rein und haltet das mit dem Finger gedrückt. Dann wird die ganze Zahl markiert. Dann klickt ihr auf Kopieren. Und dann erstellen wir eine neue Markerfarbe hier bei Bearbeiten plus. Und hier in diesem Feld, wo Hex steht und daneben der Code, klicken wir da wieder doppelt drauf mit dem Stift und löschen das Ganze und setzen dann unseren neuen Code ein. Und schon haben wir die Farbe dann hier unten. Und ihr seht, das ist die gleiche wieder oben. Und dann fange ich jetzt einmal an, die Farben alle zu swatchen. Und dann fange ich jetzt mal an, die Farben alle zu machen. So, das sind jetzt erstmal alle meine Markerfarben. Also ihr seht hier oben, die Farben sind ein bisschen zurückhaltend, da ein bisschen pastelliger. Und teilweise sind da auch so Nude-Töne dabei. Finde ich aber auch sehr süß. Und ich denke, dass man da auch auf jeden Fall schöne Sachen damit zaubern kann, sage ich jetzt mal. Also auch schön leeren Wetter damit platzieren kann oder was auch immer ihr eben in GoodNotes damit machen wollt. Und hier unten habe ich aber auch darauf geachtet, noch ein paar, sage ich mal, auffälligere Farben dabei zu haben. Also ihr müsst wissen, klar, durch das Marker-Tool sind die Farben natürlich immer ein bisschen pastellig, weil der Marker ja auch dazu da ist, quasi eher im Hintergrund zu liegen und nicht so sehr nach vorne zu springen. Aber die Farben hier unten leuchten ja schon ein bisschen mehr als die hier oben. Und hier unten habe ich auch nochmal so ein bisschen darauf geachtet, dass ich so eine, ja, regenbogenmäßige Farbabstufung mit reinkriege. Ich glaube, ich werde euch auch diese ausgefüllte Tabelle in der Infobox verlinken, sodass ihr auch jeweils seht, welche Farben das sind, falls ihr eben nur ausgewählte Farben kopieren wollt. Und jetzt gehen wir mal nach runter zu den Füllerfarben. Die swatche ich euch auch gleich. Ich wollte euch nur kurz zeigen, welche ich da hier aktuell habe. Also ich habe hier oben quasi die Default-Grau-Abstufungen noch drin und dann was in die rosa Richtung, also Abstufungen von rosa, Abstufungen von orange, von gelb, von grün und von so einem Petrol-Blau. Und die swatche ich euch jetzt kurz und erkläre dann nochmal was dazu. Und zwar sind das nicht einfach irgendwelche Farben, sondern Farben, die perfekt zu meinen neuen Planervorlagen passen, die ich vor kurzem auf planerholic.de hochgeladen habe. Ich setze euch dazu den Link nochmal in die Infobox. Und ihr seht, das sind fünf verschiedene Planervorlagen in den Farben, die ich euch eben halt hier gerade geswatcht habe. Und da könnt ihr euch einen aussuchen oder auch mehrere, aber ich denke, da ist auf jeden Fall für jeden Geschmack was dabei. Und wie gesagt, das sind genau die Farben, die ich eben auch bei der Erstellung dieser Pläne verwendet habe. Wenn ihr zum Beispiel den blauen bearbeiten wollt, dann könnt ihr jetzt hier mit dieser blauen Reihe hier zum Beispiel was hinschreiben. Also beispielsweise Sport. Und ihr seht, das ist genau die gleiche Farbe wie hier diese Schrift. Dann entspricht die zweite Farbe hier eben genau der nächst dunkelsten Farbe. Also ihr könnt zum Beispiel dann hier auch noch was schreiben, zum Beispiel einkaufen und das wäre dann eben einfach farblich super passend. Die nächste Farbe entspricht dieser Farbe und da könnt ihr dann auch hier zum Beispiel ein Kreuz machen und man würde diese Ecken nicht so sehen. Und so passt es dann einfach wunderbar zusammen. Und ja, an dieser Stelle eben einfach nur eine kleine Eigenwerbung. Oh, hier unten bin ich irgendwie mit den Markern draufgekommen. Also falls ihr da Interesse daran habt, am iPad zu planen in GoodNotes oder auch einer anderen App, die so ähnlich funktioniert, dann könnt ihr die gerne euch runterladen. Die sind auch undatet, sodass ihr hier in das Feld zum Beispiel dann einfach immer das Datum eintragen könnt und die Vorlagen dann auch fortlaufend immer weiter verwenden könnt. So Leute, das war es für dieses Video. Ich hoffe sehr, dass es hilfreich für euch war und dass ihr mit den Farben auch was anfangen könnt, also dass die euch genauso gut gefallen, wie sie mir gefallen. Wie gesagt, die PDF dazu findet ihr nochmal in der Infobox. Könnt ihr euch da einfach kostenlos runterladen. Und ja, vergesst nicht, beim GoodNotes-Gewinnspiel teilzunehmen, falls ihr GoodNotes noch nicht habt und die Chance darauf nicht verpassen wollt, das kostenlos zu bekommen. Teilnahmebedingungen habe ich nochmal in die Infobox geschrieben. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine wundervolle Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis dahin. Tschüss!